Will ich mal ganz kurz anhalten? Ich würde gerne looten. Ich würde gerne die Truhe hier drüben holen. Hallo. Nur hier können wir anhalten, wirklich. Das ist doch gelogen. Ganz ehrlich, den Loot will ich eh nicht. Der ist kacke. Der ist kacke, den will ich gar nicht. Nö. War wie ein besoffener. Wo ist der Wasserfall, dass wir endlich sterben? Erfolgen sie dem Kompass. Entfernen uns zwar immer weiter, aber ist okay. 400 Meter. Da ist der Berg. Gott ist da was. Genau. Du hast zugehört, wenn Mutter von Göttern sprach. Habe ich selten. Was ist mit einem, der keine Schmerzen fühlt? Oh. Das geht nach Baldy. Baldy. Ein Asenbott. Sohn von Odin und Fried. Und Fried. Odin ist der König. Das stimmt. Warum? Ich glaube, ich sehe etwas. Da hinten in der Mitte des Sees. Meinst du wo denn? Da? Da? Oder da? Hallo? 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 Ich kann Ruhnen sehen, auf der Brust. Sie sind kaum zu erkennen. Da steht, opfert eure Waffen der Mitte des Wassers. Erweckt damit die Wiege der Welt. Also, Waffen ins Wasser werfen? Ist doch gar kein Problem für dich. Wirst du es tun? Die Axt kommt nicht zurück. Äh, ist das eine Stange, die ich da sehe? Was ist das? Es ist die Welkenschlange. Bin ich krass? Alter, geht's nicht. Bleib ruhig, Junge. Bin ich. Das ist toll. Sie spricht. Sie spricht. Ja. Mutter sagte, sie ist nett. Was sagt sie? Wo war denn das unglaublich? Hey, da drüben ist ein Schiffswrack. Siehst du? Ja, das ist gerade unser einziges Problem. Und da ist die Torstatue. Nur, dass jetzt mehr davon zu sehen ist. Das Wasser sank, als die Schlange auftauchte. Oh, deshalb gab es den Strand vorher nicht. Da. Und da ist der Berg. Seh nur. Das Gebäude führt vom Bergfuß bis zum goldenen Tempel. War alles unter der Oberfläche. Bis auf die Statue. Zum Glück, hm? Und da ist sogar ein Dock. Da. Neben der Flagge. Wo ist das Frack? Wir gehen zuerst zum Dock, oder? Gehen zuerst zum... Wir sind die Ersten. Die sind der Weißwander rübergegen. Kennst du diese Schlange? Sie gehört zu den Riesen und ist so groß, dass sie die ganze Welt umspannt und sich ins eigene Ende beißt. Etwas übertrieben. Ich weiß nicht. Sie sah verdammt groß aus. Hier ist ein Infarkt, habe ich gehört. Was ist hier passiert? Ich würde gerne den Vogel kaputt machen. Äh, ja. Ich meine, warum ist das passiert? Könntest du mal schießen? Wow, kann ich nicht anhalten. Mann, ich habe da einen Vogel gefunden. Mir irgendwo anhalten. Karte aktualisiert. Hier kann man das sicher anhalten. Jawoll. Ohne Sohn. Schade. Ich habe kurz gedacht, das ist ein Sprengstoff. Ich habe mir dann gedacht, warte, fuck, wieso soll das hier Sprengstoff sein? Mach das bereit, Junge. Mach das bereit, Junge. Mach das bereit, Junge. Mach das bereit, Junge. 100 Tote war mal gesagt. 100 Tote. Ich möchte das Ding vielleicht doch nicht erwecken. Das war fies. Neue Saat und Fakze. Saat, ich habe ich gesehen. Eins von neun. Das war ja vielleicht vorher mal drehen. Diese Runen kenne ich nicht. Aber mit einer Chiffre könnte ich sie bestimmt lesen. Das sind ja gleich zwei, holy shit. Die sind relativ schnell und zu stark. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, ganz ehrlich. Vielleicht soll ich noch gar nicht her? Oh, das ist einfach ein Ausweich-Contest hier. Alles klar. Wir gehen ja noch nicht her. Vorbei, wir könnten mal vielleicht Fähigkeiten. Das ist ein guter Moment, um Fähigkeiten zu leveln. Was ist das hier? Ah, von mir aus. Ähm, ah, Husten. Axt. Was kann man machen? Ich bin ja so der Nahkämpfer, wenn ich mal ehrlich bin. Äh, ah, 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 ah. Was gibt's hier noch? Was gibt's hier noch? Zusätzlicher Bonus erhöht den Widerstand gegen Unterbrechung dieses Angriffs. An diese Fähigkeit bietet keine zusätzliche Boni. Das ist einfach so ein Permafrost. Erfordert Vitalität von 25. Boah, das ist cool. Oh, ich möchte aber trotzdem ein bisschen gucken. Rage-Kampf, Schildkampf, Magiekampf, Extremkampf, Extremkampf. Das ist ein Extremkampf. Äh, ah, 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 ah. Gratis hilft. Während Atrus ein Gegner wirkt. Kann eine Campo ausführen, alles klar. Ich würde gern, ich würde gern bei Fähigkeiten das hier lernen. Das war ziemlich cool. Der Permafrost. Und was meint ihr? Nicht nur Sturm? Ist auch cool. Äh. Jedoch würde ich gern das später machen. Sehen wir uns. Halla, die Waldvieh haben die uns verprügelt, ne? Boah, gleich zweimal. Danke für die Hinweise, dass er ein Frack ist. Böser Junge. Böser Junge. Die Wasserspelten-Schlange liegt da einfach immer noch rum. Beobachtet die uns, wo ist denn der Kopf? Schläft so. Muss ich mal meine Axt hinwerfen? Boah, Wüsten, stop it. Oh, gut. Wir sind uns also ein bisschen rum? Ja, nur dafür so hier. Hm, hm, hm. Wie lange glaubst du bist da schon hier? Eine sehr lange Zeit. Okay, so weit kommen wir nicht. But I tried. Wollen wir eigentlich Müllentöten? Schade. Vielleicht irgendwas blau. Puh. Ich will da nur looten. Lass mich looten. Hier dürften eigentlich jetzt wenig Viecher sein. Ich bekomme gleich bestimmt zu aufs Maul. Ist das der Weg zum Berg? Sieht so aus. Das sind doch der bärtige Klotz und sein Sprösslegen. Ich hab da was für euch zwei. Brock? Aber wie bist du... Das geht dich einen Dreck an. Und jetzt rein hier. Ich hab was für euch. Und versuch bloß nicht, mir meinen Platz zu klauen. Ich war zuerst hier. Na gut. Gut. Das ist ein Zwergenschlumpf, Mann. Der ist clever. Also doch Zwerg. Wenn die Leute von meinem neuen Laden hören, kommen sie aus ihren Verstecken gekrochen. Sie werden sich prügeln, um meine Ware nur ansehen zu können. Wartet's ab. Können wir den eigentlich echt prügeln? Renkt ihr überall so herum? Puh. Na komm. Wo muss ich hin? Fang! Der Haufen Steine da. Mit diesem Schlüssel von Yggdrasil könnt ihr eine magische Tür zu den Ästen des Weltenbaums öffnen. Eine Abkürzung zwischen den Welten. Wenn ihr sie in der Welt seht, könnt ihr damit schnell zu mir zurückkommen. Geht aber nur in eine Richtung. Direkt hierher und sonst nirgendwo hin. Und was ihr auch tut, werft euch niemals, 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 nie über den Rand des Weges. Es sei denn, ihr sucht den Tod. Das würde natürlich nichts bringen. Das ist ein Clown-Fischer. Das ist was Unwichtiges. Auf Wiedersehen! Ich finde, das Kaufmanie ein bisschen sehr lästig, muss ich sagen. Gerne abgeöffnet. Gerne abgeöffnet. Was macht denn der? Stärke dazu, Abgangszeit weg. Es gibt noch mehr Scheiße. Ausrüsten. Das war dumm. Ich muss erstmal abchecken müssen, was ich mir hätte kaufen können. Was macht denn Glück? Ah, stupid Talisman. Gewährt für einige Sekunden eine unbezüglichbare Barriere, wenn Gratis Gesundheit auf ein kritisches Level fällt. Das ist gar nicht so dumm. Und gewährt einen kurzen Schub der Stärke, wenn Gratis Gesundheit auf ein kritisches Level fällt. Ach komm. Also dann, wir sehen uns. Ja, ja. Schade. Können wir da jetzt wirklich wo handeln? Wir gucken, ob wir jetzt landen. Ob wir jetzt wirklich wieder hier landen. Alles klar. Jetzt mal Bescheid. Sia, noobs. Schade. Mama told me. One day I'ma grow up big. And I'ma be your king. And my papa told me. It's okay to see where shit hurts. Don't forget your dreams. Cause they'll get you through this. So-called life, they call living. But I call it strange. And I bet I'll do it. Cause I'm on my way. And strong enough that I'll shake the pain. Hey. Mr. Sunshine.